So ihr Lieben, heute machen wir mal eine Ananas sauber. Ja, seht ihr die? Das Ganze frisch hier noch. Machen wir den Kopf ab. So schneiden wir hier. Das schneiden wir ab. So ist so. Wunderbar. So, dann nehmen wir das hier. Hier so rein. Und drehen das. So, mal gucken, ob es klappt. Muss man schön gerade rein drehen. So wie ein Gewinde. So, seht ihr das? So. Dann drehe ich das. So. Da braucht man viel Kraftaufwand auch. Nicht angekommen. So. Jetzt aber. Seht ihr das? Dann ziehen wir das hier so raus. Perfetto. So ziehen wir das raus hier. Und ihr habt eine sauberte Ananas. So alles ausgeschaltet hier. Das macht ihr ein bisschen sauber. Und dann habt ihr hier ganz frische Ananas geschält in Scheiben. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Das war alles. Bis dann. Ciao. Ciao.